die wir sind wieder bei our watch und wir spielen platzierungs matches vor beim ersten und letzten habe ich gesagt das erste war nicht so prickelnd ja das zweite auch nicht jetzt kann ich schon sagen also die ersten zwei waren nicht so prickelnd wobei ich glaube in beiden gut gewesen zu sein aber es hat halt irgendwie nicht sein sollen ich weiß nicht ich habe zwar ein paar mal doch massiv mit meinem hook daneben aber prinzipiell sage ich mal mit viele goldmedaillen nicht mehr rausgegangen also versuchen unser glück in eichenwalde ich rolltauge ja eh gern aber solange es nicht irgendjemand am ding zu bedividierten heiler nachher wenn ich switchen muss ich mag es an junkyard weil man wirklich schneller vorankommt und ein bisschen mit den minen werfen ich habe auch schon 200 mal gesagt in etwa aber gut alexa schreibt man gerade auf den auf den schreibt man gerade auf dem bildschirm frau heiratet fremden und weiß nichts davon als news ja das ist natürlich das passiert ständig also vielleicht soll ich mich umdrehen irgendwer ist platt und noch einer geht ja gut los aber ich habe schon zu spät es blöd weiter ach Mist, da ist wieder irgendwas durch oh, ein kleiner Ball kann ich aber auch, was der kann dauert nur kurz noch wenn wir die Leute wegbringen sollen auch du wirst irgendwann in meine Kugeln rein jetzt ist es gewesen ich kann wieder die Kugeln da ist keiner da ist keiner ein bisschen habe ich noch aufhalten können ja boah, mach ich mal heute wird frei Haus geliefert das sollte helfen ich will ich will die reißende Kraft Scheiße Das war jetzt geworden, dass ich genau in den reinhüpfe. Ich hab schon ganz anderes überlegt. Will ich das heiß hier drin? Oder wenn ich? Hau dich. Huuuui! Alter! 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 Und Scheiß! Klatscht mich da immer an die Wand. Nochmal! Okay. Das hat er cool gemacht. Muss ich mal lassen. Das ist auch nicht gefallen. Das hätte ich ja nicht gesehen. Dann hat er das doch nicht so cool gemacht wie ursprünglich von mir erwartet. Ja, was soll ich jetzt mit dem Ult? Was soll ich jetzt mit dem Ult tun sollen? Genau. Ich bin halt entspät. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorsteht. Ich bin so aus. Wenn Sie nicht dafür gesatal? Ich bin fertig! Was? oida das jetzt alles switchen bleibt sie bei der fracht na so nachladen müssen schadda da 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 ja jetzt mist scheißen ich nehme wieder den ist ja wurscht machen wir jetzt eine volle runde junk rat und plätten aber mal da ein paar Sachen. Ich werde mal was probieren. Ich habe da mal ein witziges Video gesehen. Man kann ja gerade raus über das Haus drüber. Und dann kann er wahrscheinlich auch rechts die Stiegen rauf und dann über das Haus drüber. Dazu muss ich aber sagen, dass ich das noch nie versucht habe. Ihr könnt auch einen Hitscan nehmen. Ich überleg' grad. Ne, ich spiel' mir mit Junkle. Das ist gut für ihn. Kann man mir was sagen? Geht's jetzt? Ich teste das jetzt mal. Ja, das geht. Das hilft mir jetzt wahrscheinlich noch nicht viel. 2 HP und nicht viel. Der Pumpt gehört mir. Könnt ja mitkommen, wenn ihr wollt. Hüpfen die Falle! Hüpfen die Falle! Waren wir uns so kauten? Ja! 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 Nein! Nein! So ein Scheiß! Mist! Ich habe aber gedacht... Bitte tipp mir los! Na ja, gut, dann nicht. Ja! 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 Auf ein neues! Ja! 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 Das gibt's ja nicht. Vielleicht sollten wir mal alle zusammenbleiben, vielleicht wird das helfen. Langsam verliere ich die Hoffnung für die Platzierungsmatches. Das muss ja nicht sein, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017